hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von unseren und jetzt schauen wir mal jetzt muss ich mal den julian anrufen so jetzt muss ich kurz einmal den herrn seidebauer anrufen so und jetzt ist anscheinend ring 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 oder so ich meins ja ja hallo ja der brust julian du es war stehen auch ne dominik wird auch noch mal kommen aus seiner schlaföse junge als lustiger bist du im auto eingepennt oder was ich stehe noch da beim bauhof wo muss ich denn hinkommen ja ich helfe gerade werden aus einem ja wie sei es am besten fährst du einfach in der stadt rein dann bei dem gemeindehaus fährst du links dann fährst du straße lang und dann stehe ich hier an der ecke und wenn ich hab bitte die parzelle und danke 45 ist das ist ein großer hof so herr agrar was steht denn an heute ach so sie heißen bauer mit nachnamen scheiße ich bin wechseln ja wo bin ich denn genau äh scheißhof zu hier rein so wie sehe das denn eigentlich haben sie eigentlich eine unterkunft oder so ein haus ja hier ach so du schläfst du an der ecke ja na gut dann frage ich vielleicht doch bürgermeister wie ich im haus in dem ding schlafen kann ach da kommt er äh bitte äh ich tue mich jetzt schon mal entschuldigen der ist ziemlich drauf der typ der weiß nicht ganz was er tut hier rein nicht in der einfahrt stehen du kannst auch hier parken erstens wenn ich komme begrüßt man mich zweitens schreibt man mich da weil ich der chef da bin du wosenscheißer du vogelmogel mach dich jetzt hier hin du mongo ich kann mich auch sagen du kriegst du juli in die Ruhe ich hab dich jetzt hier hin jungen ich glaube ich zähne nicht locker ja juli juli ich das ist der Herr Bauer Herr Bauer das der Vogel servus hallo kannst auch Dominik zu mir sagen ok kannst auch niemand zu mir sagen ja Dominik ich habe ja nicht Arbeit gefunden das letzte mal wo du nicht da warst warum musst du mit seinem Schrein ich hab das letzte mal Arbeit gefunden warte 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 was ist Ich hab' das letzte Mal Arbeit gefunden, wo du nicht da warst. Ich war richtig produktiv. Ja, endlich haben wir in dein Leben. Was gibt's jetzt zum Arbeiten? Ja Junge, komm du, werd mal wieder krank Junge, da war ich viel produktiver, als wenn du jetzt hier bist, ehrlich. Ja, brauchst du dich gleich so gut angucken. Komm, komm mal, ich zeig' ich mal, wie das Zeug hinkippen soll. Und was geht's überhaupt? Äh, Grasexmann. Ah, cool. Cool, ja, hast du recht. In das Silo ist alles dann rein. Okay, fix. In das kleine hier? Da gehen zwei Millionen rein. Ja, das war auch ironisch gemeint, Herr Bauer. Ja. Ihr könnt euch auch sagen, wenn ich einen Bulldog gefahrt von den zwei. Äh, sind beide scheiße, ja, ich nehm' den hier vorne. Ja, ich wollte den nehmen, ja. Ja, scheiße, gelaufen, warst du langsam, wie immer. Warte, ich, ich muss kurz, ich muss kurz meinen. Warte doch, hätt's auch nicht so. Ja, ja, schwitzen sie nicht so. Ah, ja, wie schwitze ich überhaupt gegen sie zu dir. Au. Ja, will ich mir Gedanken machen. Okay. So, wir können, Herr Bauer, wir können losfahren. Great. Wie folgt Ihnen? Ja, folgt mir. Unauffällig. Oh nein. Oh nein. Boah. Dominik, bist du schon so modern mit Dackel gefahren? Ich glaube nicht. Bei uns gab's ja nur solche alten Teile. Ja, da gibt's noch keine Elektronik in die Wolken. Ja, ja. Ja, Alter, wo soll ich denn hier hinfahren? Genau, bewegt mir dein Rohr ein bisschen. Hast recht, hast recht. Herr Bauer, wie schnell fahren Sie? 15. 15. 15, oha. Äh, Sie lassen hier was liegen? Wie? Ja, 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 fahren Sie weiter, das bisschen lohnt sich glaube ich nicht. Nö. So, fahr ich mal hinter Ihnen, dann geht das. Fahre ich mal hinter Ihnen, dann geht das. Fahre ich doch neben mir. Ja, und denn hier drüben. Ja, rechts von mir. Ja, warten Sie. Ich warte. Ja, jetzt kannst du weiterfahren. Ich seh nichts mehr, ne? Ja, ist gut, ne? Siehst nichts nur, weil ich das Licht kurz angemacht hab. Das ist so politisch. Wer ist positiv? Das haben wir auf einige Gesprächsthemen. Äh, Gesprächsthema positiv. Junge, wo strahlst du denn hin? Ja. Der Straß gegen Baum überall hin? Ey, das fliegt überall noch nicht in meinen Anhänger. Herr Bauer, was war denn das? Ja. Ja. Dominik, ich seh nichts mehr. Dankeschön. Oh, wie ist... Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Ja, Mo. Es ist noch ein bisschen Musik am Mann in der Karre, ja. Oh nein. Wolltest du mal aufholen oder schläfst du denn? Ja, ist gut, Junge. Wie voll bist denn du? Äh, ich bin bei 72 Prozent. Also rund komm ich auf jeden Fall nicht mehr. Ja logisch. Ja, ehrlich jetzt. Ich hab gewalt. Weiß ich ja nicht. Hallo Herr Bauer, wer ist jetzt? Jetzt seh ich nichts mehr. 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Feierabend. So, ist auch wieder gut für heute, Nisch. Das Kabel ist nicht. Dominik. Was hattest du denn? Was hattest du denn da so wieder krank warst? Ich war krank. Digga, wir hätten hier ein 20er Schild hingemacht. Junge. Boah, was hattest du denn? Eine Erkältung mit Fieber. Eine Erkältung mit Fieber. Ach du Scheiße ey. Kleiner kannst du die Einfahrt auch nicht machen. Ey, oh man. Ausholen ist sie. Ist das Motto. Vorwärtsgang ist mit dem Hebel. Hä, ich vorte auch schon, was wollen sie von mir? Also wohl nicht sie. Danke, jetzt zieh ich nichts mehr. Ja, der macht eigentlich mal aus. Klappt das? Oh, der Aninger ist aber ganz schön knapp hier. Das war schon. So. Nicht Lindergucken immer voll los. Ja, ja, ja. Du musst sowieso oder sie. Du oder sie. Ja. Ein truss sieht immer aus. So, nennen wir sie zu denen oder du zu ihnen. Wobei du es ja erst du angeboten hast. Aber sie ja. Ja. Soll ich mal die Schild mit rein häxeln? Herr Bauer, soll ich eine Wurst machen oder soll ich das alles auf einen Haufen? Einfach auf den Haufen. Einfach auf den Haufen. Ja. Dann würde ich mal bei der Stadt anrufen und mal fragen was da los ist. Der Küste steht in Bern. Hier ist mit auf der Straße. Pass auf, wenn du kommst. Da fahre ich oben gewiss. So, erste Ladung ist abgeladen. Herr Bauer, ich möchte jetzt nicht unbedingt nur wegen Geld sagen, aber wie sehe das denn aus mit der Bezahlung? Wie sehr gut. Hier nach dem Häxeln. Sehr gut. Sehr gut. Okay, okay. Herr Vogel, wie... Herr Vogel sag ich schon. Dominik, wie... Wie voll bist du? Bei 70%. Das waren 70%. Jetzt kommt der nächste von hinten wieder mit dem Komischen. Ja. Dominik, du musst Gas geben. Jetzt hast du mal wieder den kleinsten... Inka, der kleinste Traktor vor dem Anhänger. Gott, gell. Ach, doch so wenig. Keiner hat auch noch geäußert. Ach, nur. 86, 87... Ach, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mach doch nicht so einen Stress. Was macht das? Ich hab hier ständig irgendwie so komische Geräusche. Ich weiß nicht woher. 95, 96, 97, 98, 98, 98, 98, 100. Fahr doch nicht rum! Biss im Klang. 100. Schnell der Wechsel. Warte, da stand's kurz. Guck mal hinter dich. Ja, Dominik fehlt das Gewiss jetzt oben, so wie ich den kenn. Und er will das mal kommen. Ja, Herr Bauer? Ja... Warte, oh nee, das steht noch. Look up! Iuuuuiuiuiui, die Einfahrt, Die Einfahrt ist geil. Oh, Buiße! Ha! Ich hab's ihm gesagt, dass es nicht zu einfach mit dem... Hat..den wir grad noch nicht mehr zwei hundert Stunden, ne? Ja, schon kaputt. Das geht von egal, darf. Gar nichts, ey, das geht auf mein Konto. ja auf ein einiges konto gemeinsames ich weiß gar wie ich mich dazu überheben konnte mit dem zusammen konto zu machen aber egal was willst du jetzt von mir nichts nichts alles gut ich schieße alle selber ins knie du schießt egal nichts was du schießt abends in deinen Taschenturen mehr aber auch nicht Kürtel und so wie er er sagt er wollte was zu laut wer drum gebrüllt was nicht gerne wollen wohl auch so ja ja klar den halben ganz schön lauter das sind ja uns kommt die ume der ist vom Luister deswegen schließen meine Halle so ist doch die letzte im Ofen abends wenn er kommt, setzt ihn mir hin das sieht doch schon viel besser aus warum hat der Traktor? ich kann oben leuchten der hat plötzlich da oben drauf ja wow die sind schon echt schade wie lange braucht der Dominik? ich bin gleich voll Dominik mach mal deine Lichtheit aus ein bisschen Licht muss sein 80% er fährt mitten über die Wiese 85% er macht einfach Weltreisen 90% 92% 93% 96% KIT 98% 100% scheiße ehrlich ich muss wegen dir die ganze Kette anhalten Dominik das wird mir stinken ich spreche hey hey was macht ihr denn da? das haben wir ja eine Pickup oh 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 dumme, das wird übrigens zu teuer jetzt hör mal auf die wollen nicht Geld verlieren die Maschine kostet eine halbe Million wir wollen hier Geld gewinnen und Geld verlieren ja ich organisiere hier schon Arbeit und dann macht ihr alles kaputt das gibt es auch gar nicht alles auf einen Haufen alles auf einen Haufen so meine lieben Freunde ich hoffe es hat euch die Folge gefallen wenn ja dann lasst so gerne eine Bewertung da schaut's zum nächsten folgen wieder vorbei bis dahin macht's gut ciao 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 ciao